Ja, hallo Leute und willkommen zu einer kleinen, aber durchaus wichtigen Ankündigung, oder Info, ist mir egal wie man es nennt. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich gerne mal ein wenig was Neues probieren möchte. Und zwar möchte ich sonntags immer ein Spiel spielen. Klar, ich bin Let's Player, das macht Sinn, ich weiß. Aber ich habe mir überlegt, es soll entweder ein Spiel sein, was ich gut kenne und gerne mag und euch zeigen möchte. Oder ein Spiel, das ich überhaupt nicht kenne und dann sozusagen mit euch zusammen teste. Und ja, egal in welcher Kategorie das spielt, es wird dann auf jeden Fall bewertet von mir. Also von 1 bis 10 mit Einfließung von Tons, ach Tonsound, ja klar, Sound und Grafik meine ich natürlich. Ähm, Spielspaß und was weiß ich. Und ja, werde ich mir noch ausdenken, das Bewertungssystem werde ich wahrscheinlich über die Zeit sowieso tausendmal verwerfen, neu machen, was weiß ich. Aber meine Sache dabei, wo ihr mitmachen könnt, quasi, so in der Tat, keine Ahnung, ich habe dafür keinen Namen. Ich möchte es nicht Let's Show nennen, ich möchte es nicht Let's Test nennen. Es ist so ein, so ein, so ein Mischmasch daraus, würde ich mal sagen. Und ich habe keinen Namen, ich bin da relativ unkreativ. Wenn ihr was wisst, schreibt es in die Kommentare, ich würde mich freuen. Und das war's. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020